So ihr Lieben, auf zu Klaus. Da wollten wir hin in der letzten Folge. Wir sind da und er hat noch geschlossen. Wer ist da? Hey, es ist... Joe, es ist Sex. Klaus. Hm. Gut, dass du mir deshalb erstmal einen Herzkasten reindrückst. Au, au, au. So, die war zerstört, der war zerstört. War der auch zerstört? Ah, nee. Der war ja zerstört. Das ist blöd. Yeah, what do you want? Na, gucken wir mal. Können wir auch... Oh ja, wir können schon in den Secret Stash gucken. Das ist cool. Das finde ich sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir mal noch schauen, was der... Betta Bartha da so. Knocking down your enemy. Okay. Macheten Schamerik. Wood Splitter Mod. Okay. Das wäre natürlich eine geniale Sache, um da unseren... Ja. Neun? Ist das dein Ernst? Neun? Da ist hier nur einen Wert. Oh, das Zeug ist nichts wert. Ist das dein Ernst? Das ist ja... Also... Also, nee. Da gehe ich wieder. Klaus, so haben wir nicht gewettet, du. Mensch. Das hätten wir uns sparen können hier. Von wegen. Das ist ja alles kaputt. Das ist schlecht. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Ich dachte, wir gehen jetzt ganz entspannt zu ihm. Aber nix ist. Nicht mal diesen Wood Splitter können wir uns leisten. Mensch. So. Vorbei am Nachbarshaus. Mensch. Bin ich verärgert? Was mache ich denn jetzt? Hm? Ich dachte, wir könnten jetzt mal was aus dem Eisen machen. Schade, Freunde. Schade. Naja. Dann kümmern wir uns hier mal ein bisschen. Darum, dass das Haus hier schöner wird. Machen wir mal eben kurz das. Fertig. Was hatten wir stehen lassen beim letzten? So. Ja, geht schon schneller. Ich hab das Gefühl, es geht schneller. Und ich sag mal, das Gefühl gefällt mir. Das ist jetzt nicht schlecht. Ein paar Steine gibt's. Das ist gut. Die brauchen wir. Aber ich... Ich hätte halt echt gedacht, dass wir mehr für die Stiefel kriegt. Das war jetzt schon frustrierend. Naja, gut. Müssen wir so hinnehmen, ne? Okay, dann kann das ja alles wieder weg. Leider. Toll. So, wir nehmen mit. Sollten was trinken. Wir brauchen unbedingt frisches Wasser. In welche Richtung war denn das Wasser? Machen wir mal nicht. Knochenklinge brauchen wir eher nicht. Das brauchen wir eher nicht. Wir brauchen aber Munition für unseren... Wo ist denn das Eisen? Ja, im Moment ist es noch sehr undankbar, hier aus dem Eisen die Munition zu machen. Aber gut, wir brauchen's, ja? Drum nutzen was, nehmen was mit. Diese Ecke hier gefällt mir nicht. Da möchte ich gerne mal eben... ...fünf Woodspikes herstellen. Ich hoffe, man verzeiht mir das. Dass ich so eine einfache Variante der Schutzgestaltung anwenden möchte. Aber, wenn ich mir vorstelle, ich laufe hier rum. Naja, gefällt mir überhaupt nicht. Wenn ich mir vorstellen muss, dass hier ein Zombie auf mich wartet. So. Ja gut. Oder wir gehen zu Nachbars. Ha. Steine haben wir wieder keine. Da müssen wir mal eben hier ein bisschen aufklopfen. Wenn wir wenigstens ein paar Steine haben. Dann gehen wir da mal zu den Nachbarn von gegenüber, würde ich sagen. Oder? Eigentlich ja schon. Zum guten Ton gehört's. Dass wir uns da adäquat vorstellen, war. Auch wenn ich mich da so erwischen vor fürchte. So ganz geheuer ist es mir nicht. Stell dir mal vor, wir haben Wachhunde. So. Das gefällt mir nicht. Aber gut. Wir haben auch kein Mitbringsel mehr. Hallo? Stühle braucht ihr nicht, oder? Okay. Wieso verbarrikadieren die sich? Hallo? Ist da wer? Hallo? Ha. Oh. Okay. Wir scheinen in der Küche zu sein. Und das scheint mir nicht sicher zu sein. Meint er, ich kann da schnell drüber laufen? Oh ja, das ging. Cool. Das ist ein sehr komischer Schrank hier. Aber gut. Oh. Da unten ist einiges kaputt. Ich glaube nicht, dass wir da runter wollen. Die Lampe, die nehme ich natürlich mit, Freunde. Gibt hoffentlich ein bisschen Eisen. Jawohl. Oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott. oh Gott, 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 oh Gott Aber ja, ist das okay für euch? Ich hoffe, denn wir werden garantiert keine Freunde werden. So, wie sieht das hier aus? Scheint stabil zu sein. So. Ja, nein, wir werden keine Freunde. Tschüss. Ich gehe wieder. Das tun wir nicht. Definitiv nicht. Nein, 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 nein. Wir können mal... Nee. Nee. Dafür kenne ich dieses Haus zu gut, als dass ich da jetzt gleich zehnmal drin sterbe. Das kenne ich noch aus der Alpha 17. Nein, nein, nein. Nee, 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 nee. Das machen wir nicht. Ah, ah, ah. Da weiß ich doch, aber das ist... Äh, nein. Ich bin nicht da. Ich bin gar nicht da. So. hoffentlich ist da oben keiner drin. Ja, gut. Dann können wir in aller Ruhe übern Dachgeschoss einsteigen. Sehr gut. Sehr gut, so Alteisenbrustpanzer. Lederbrustpanzer. Ah, kurz vergleichen. Neues Increase. Zehn Prozent nur. Mobilität geht runter. Weniger. Stamina. Ja, dann lassen wir das so, ne? Die Cowboyboots, die sind leider durchgefallen. So. Wir können da rüber. Wir müssen nur springen. Aua. So nicht. Ich möchte bitte nicht. Hallo? Wir wollen da einfach drüber. Ne. Yay. Wir haben es rüber geschafft. Jetzt müssen wir es weiter schaffen. Also oberstes Ding ist, nicht in den Keller fallen. Wenn wir in den Keller fallen, Freunde, dann sind wir gewesen. Jetzt gucken wir mal. Hier oben sieht einigermaßen sauber aus. Was ist da unten noch? Müll. Müssten wir runter können. Ich weiß leider nicht genau, welche Blöcke hier safe sind und welche nicht. Das sollten wir schon nicht tun. Das ist mir zu riskant. Wenn wir da nach unten fallen. Ne, ne. Nennen mich Angsthase, aber das Risiko gehe ich nicht ein. mit dem Dude hier. Ne. Das ist einer. Das kann man machen. So, hier oben ist halt auch nichts, ne. Die ist sogar leer. Ein bisschen gemein, wenn ich hier oben stehe, ne. Aber ich sag mal, für den einen gemein, ist für den anderen schlau, ne. Und weil uns leider die Ressourcen fehlen, um Eisen zu sammeln, müssen wir uns hier mit zufrieden geben. Was sind die sichersten Blöcke, die auf denen schon was liegt? So, das heißt... Jo, noch ein Koffer. Eine Mütze. Okay. Na, schlagen wir uns kurz raus. Wir schlagen uns kurz raus. Dann werden wir uns den Nachbarn jetzt wohl noch nicht vorstellen. Mal andere auserkoren. Aussuchen. Drücken wir uns nicht so kompliziert aus. Wir wollen nicht hier sein bei euch. Wir haben eure Stühle. Hehe. Und gehen wieder. Tschüsschen. So. Die sind alles so große Häuser, ne. Haben wir denn nicht noch ein kleines? Das hier hinten vielleicht. Naja. Mal kurz hier noch den Schund wegräumen. So. Wie heißen die denn? Die heißen Johns Ham Radius. So. Jetzt ist mein Englisch. John kriege ich hin. Ham kriege ich hin. Aber was der mir mit Radius sagen will. Wasser, dass das da drin echt miserabel aussieht. Und das scheinbar der Eingang ist hier. Oder sind wir hier rein? Naja. Er hat ein paar Fensterchen. Er hat eine offene Eingangstür. Und man sieht den Boden. Aha. Aber man sieht auch nicht viel nach oben. Und genauso schlimm wie in Zombies reinzufallen ist, wenn die Zombies in dich reinfallen. ist auf jeden Fall so ein Lagerkomplex. So. Bis jetzt sieht der ja ganz okay aus. Möchte bitte keinen Lärm machen. Ist das okay? Das skrippen wir. Das skrippen wir. Müll nehmen wir. Laufener Müll nehmen wir auch. Water cooler. Der skriptet. Aha. Da wollen wir hin. Das ist doch mal ein schöner Ort für nichts. Wow. Naja. Ich meine okay. Nichts war es jetzt nicht. aber besser geht's halt auch. Eben kurz das Boot noch benutzen. Platz mehr. jetzt ist die Frage. Wie weit kommen wir noch ohne dass wir sie triggern. Denn da bin ich mir so so sicher an ein Vogel? Ne. ich bin mir eigentlich sehr sehr sicher dass wir sie triggern werden. Aber hoch ist das Gebäude. Du Junge 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 Na gut. Hier geht's scheinbar lang. Da runterfallen. Ja dann ich sag mal hallo mein Name ist tot. Gut ne. Gut wo wir lang müssen ist klar dass wir hier nicht gegen das Einstürzen spielen Oh Urban Combat Learning how to jump and land quietly is an urban combat basic. Learn it and stay alive when sneaking always land silently. Unless you are taking damage and jump hide is not reused. Klingt gut. Ups. Ich habe ausweis in den Chat geöffnet. So die Türen ignorieren wir denn wir wissen das ist der Weg. Hoffen wir zumindest mal nein. Ja das war jetzt mehr Glück als Verstand. so aber wir wissen ja jetzt keine Zombies da kommen ein bisschen lauter da hoch gucken uns vielleicht auch mal doch noch an was hier so nicht okay gucken uns mal nicht an was da noch so hinter der Tür ist und laufen noch mal den Weg den das Spiel von uns erwartet den Schreck trinke ich erst mal ein bis jetzt ganz klar beste Errungenschaft die Topf hier liegt kein Zombie das ist so komisch kann kann eigentlich nicht also ich kann mir nicht vorstellen dass sie wirklich ein PoE erstellt haben ohne Zombies in dem es tatsächlich nur ums Springen geht da drüben ist noch mehr das sieht auf jeden Fall nach der Jackpot Area aus Football Medium oh lecker Stuhl so die Frage ist wie kommen wir da hin warte mal da oben die Tasche die haben wir ja vorhin schon gesehen Taschenlampe sehr gut da kommen wir nicht lang ich bin mir nicht ganz sicher das war das falsche wieso drücke ich immer STRG ok 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 ein POE ohne Zombies oh ein Becherglas jeder der schon mal Seven Days gespielt hat weiß wie wertvoll so ein Ding ist ein Barackenstuhl oh jetzt haben wir gleich keinen Platz mehr jetzt wird es jetzt wird es ernst Freunde noch haben wir Platz wir sind unheimlich überladen das ist aber alles sag ich mal noch ok wie kommen wir jetzt hier runter bzw welche welchen Wunschweg hat das Spiel hier ok ok liebes Spiel wenn du das möchtest dann tue ich das du musst mich nur lassen ich bin überladen das geht nicht ok anderer Weg so ja es reduziert dezent unsere wie sagt man denn unsere Sprung Geschwindigkeit und zack haben wir alles bekommen ja super gut gib mir noch ein Jumpscare zum Ende wollen wir da runter machen wir nicht machen wir doch wenn wir so langsam sind machen wir nicht wupp wupp mach das Handy wupp wupp haben wir noch einen Müllhaufen übersehen Fall nehmen wir natürlich mit so oh da unten liegt noch was kommen wir da hin cool ja gut dann muss der Stuhl dran glauben und zack so haben wir hier unten tatsächlich auch schon alles mitgenommen nein komm hier drin gibt's was oder oder bist du echt nur ein reines das nur ein reines Deko Objekt krass okay also müssen wir uns merken das wird mein Lieblings PoE in dem Zombiespiel ohne Zombies Johns Ham Radius Tschüss Jan YouTube Junmarkt J super Vielen Dank.